In einer Studie wurde der Zusammenhang von Kaffee und Hunger untersucht. Das Ergebnis ist überraschend. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, empfehlen wir dir, diesen Artikel zu lesen. Studien beweisen, dass Hunger und Appetit durch ein komplexes System gesteuert werden, wobei auch Essen und Trinken eine große Rolle spielen. Ein Forscherteam hat den Zusammenhang zwischen Hunger und dem beliebtesten Getränk der Welt untersucht. Viele Menschen kontrollieren Appetit und Hungergefühle mit Kaffee. Das Getränk liefert viel Energie und macht munter. Gleichzeitig hilft es, den Appetit zu zügeln. Verschiedene Studien zeigen, dass mit entkoffeiniertem Kaffee das Abnehmen leichter fällt. Zu viel Kaffee kann jedoch, wie jeder weiß, zu Schlaflosigkeit führen. Experten empfehlen eher Extrakte aus grünem Kaffee zur Gewichtsabnahme. Wie gesund ist Kaffee? Das kann nicht verallgemeinert werden. Jeder Mensch und dessen Umstände sind unterschiedlich. Nicht jeder Verstorff wechselt die braunen Bohnen auf dieselbe Art und Weise. Kaffee verändert die Neurotransmitter und die Hormone, vor allem Cortisol und Insulin. Aus diesem Grund gibt es Menschen, die durch Kaffee wacher und andere, die durch Kaffee müder werden. Dies kann auch von der getrunkenen Menge, der Tageszeit, dem Alter und der körperlichen Verfassung etc. abhängen. Verschiedene Hormone beeinflussen den Appetit und das Sättigungsgefühl. Diese können in verschiedenen Lebenssituationen schwanken. Während der Schwangerschaft oder auch während der Menstruation verspürt man meist mehr Hunger. Männer essen oft unter Druck oder Stress mehr. Die für das Hungergefühl verantwortlichen Hormone sind Grelin, Leptin und Peptid YY. Ersteres wird im Magen produziert. Das zweite in den Fettzellen und das letzte befindet sich im Darm. Zurück zum Thema Kaffee. Dieser kann beim Abnehmen helfen oder auch nicht. Wie das, in dem die Produktion jedes einzelnen dieser Hormone verändert wird. Ähnlich ist es mit dem Gemütszustand. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele vor dem Essen reizbar und launisch, nach dem Essen jedoch zufreien und glücklich sind? Frei nach dem Motto, voller Magen. Frohes Herz. Das Forscherteam erklärt sich den Zusammenhang zwischen Kaffee und Hunger durch zwei Hypothesen. 1. 2. Hypothese. Die Wirkung des Kaffees ist dieselbe. Diese hält jedoch nur 60 bis 120 Minuten an, nämlich genau so lange wie der Körper für die Verdauung benötigt. Nach dem Kaffeetrinken einer Gruppe von Freiwilligen wurden die Wirkungen in den nächsten drei Stunden aufgezeichnet. Die folgenden Schlussfolgerungen konnten gezogen werden. Kaffee zügelt den Appetit vermutlich deshalb, weil es zu einer Veränderung des Sättigungshormons kommt. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Kaffee viele Antioxidantien enthält, die gesund für den Körper sind, doch nicht für jeden und auch nicht im Übermaß. Wenn du den Kaffee nur zum Abnehmen trinkst, solltest du besser auf andere Mittel umsteigen. Empfehlenswert ist entkoffeinierter Kaffee sowie andere sättigende Lebensmittel wie beispielsweise ein Apfel, ein Müsli-Riegel, eine Banane oder auch eine Tomate. Nicht vergessen, dass verschiedene Lebensgewohnheiten den Hunger fördern können, so zum Beispiel ein unzureichendes Frühstück ohne Obst oder Cerealien, viele Snacks ohne feste Essenszeiten, Langeweile oder Nervosität, hormonelle oder endokrine Veränderungen, Schwangerschaft, Partiode, Schilddrüsenprobleme etc. Insbesondere bei einer ungesunden Ernährung verlangt der Magen nach mehr Essen. Vielen Dank! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.